Alf, ein 2 zu 2 im letzten Testspiel im Trainingslager gegen den tschechischen Meister Viktoria Pilsen. Klingt auf dem Papier ganz ordentlich. Wie sind deine Eindrücke zum Spiel? Ja, ich denke, wir haben es wirklich ordentlich gemacht. Ich meine, man hat die Qualität des Gegners natürlich schon gesehen. Es sind wirklich starke Jungs am Ball, technisch, auch im taktischen her, physisch super drauf. Gerade zu der Phase jetzt am Ende des Trainingslagers, denke ich, ist es doch ein beachtliches Ergebnis. Du sprichst das Ende des Trainingslagers schon an. Morgens nochmal einen Tag, bevor es am Freitag dann zurück in die Heimat geht. Wie fällt dein bisheriges Fazit aus? Ja, ich denke, dass wir ein gutes Trainingslager hatten bis hierher. Wir haben viel im taktischen Bereich gemacht, was ich denke, was sehr wichtig war. Ja, wie Trainingslager so sind, anstrengend, vollgepackter Tag. Und wir sind dann auch froh, wenn es irgendwann wieder heim geht. Alles klar, Dankeschön. Bitte. Danke. 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 Danke.